Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Schweiz gibt es über 100 Coop-Restaurante. Sie brauchen also auch unterwegs oder in den Ferien nicht auf die gewohnte Ambiance oder Qualität zu verzichten. In den Coop-Restauranten sind jetzt aber nicht nur die grossen, sondern natürlich auch die kleinen Gourmets sehr herzlich aufgehoben. Vom qualifizierten Fachpersonal zubereitet, gibt es eine ganze Reihe von preiswerten und sehr beliebten Kindermenüs. Was isst du jetzt am liebsten? Am liebsten Spaghetti. Einmal Spaghetti. Und was isst du am liebsten? Wienerli. Einmal Wienerli. Und was isst denn dein Lieblingsessen? Hm, Schnitzel Pommes frites. Einmal Schnitzel. Hm. Da kann man eigentlich nur noch einen guten wünschen. Weben dem guten Essen gibt es im Coop-Restaurant auch immer wieder Überraschungen. Beim Sinalco-Wettbewerb könnt ihr eure Fähigkeiten unter Beweis stellen und zum Beispiel ein Swatch oder andere Preise gewinnen. Also, auf ins Coop-Restaurant. Ja, und du, du kannst ja leider bei dem Wettbewerb nicht mitmachen, aber dafür hast du einen speziellen Stuhl, der extra für dich reserviert ist. Doch, 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 doch. Und jetzt zu weiteren aktuellen Informationen. Auch wenn Sie Herz und Nerven möchten schonen, können Sie doch jederzeit eine feine Tasse Kaffee geniessen. Bonsoir, der koffeinfreie Coop-Kaffee, ist eine nette Mischung aus allerbesten Kaffeesorten, voll und reich im Aroma. Mit reinem Trinkwasser und nicht etwa mit einem chemischen Verfahren wird der Kaffeebohnen das Kaffee entzogen. Und auch beim Rösten gehen keine Aromastoffe verloren, weil Coop die modernste Anlage, die es zurzeit gibt, einsetzt. Coop informiert Sie übrigens auf der Ruckseite des koffeinfreien Bonsoirs, auch auf den sechs anderen Coop-Kaffee, über die genaue Herkunft der Kaffeebohnen. Die modernen Wäschmittel haben das Wäscher immer leichter und einfacher gemacht, aber leider nicht ohne negative Auswirkungen auf unsere Gewässer, die mit dem vielen Phosphat, die zum guten Teil aus den Wäschmitteln stammt, nicht mehr fertig werden. Aus diesem Grund wurde das neue Biancomat von Coop entwickelt. Es enthalten kein Phosphat und sorgen trotzdem bei 40, 60 und 95 Grad für eine saubere Wäsche. Und Sie selber haben dann auch die Gewissheit, etwas für die Umwelt gemacht zu haben. So, und jetzt schalten wir rum in die Studienküche zum Coop-Rezept von dieser Woche. Der Gratin, den ich Ihnen heute zeigen möchte, ist zwar ein bisschen arbeitsaufwendig, aber das Resultat dafür umso schöner. Ich habe hier Herchtöpfel gehobelt, eine Zeebele gehackt, Schinken in Streifchen geschnitten und schöne Lauchstängel in feine Rädchen. Alles habe ich in heissen Anken andünsten und ein paar Minuten gehöchelt. Dann habe ich es in eine Gratinform gelärt, geiesse jetzt Bouillon drüber und alles kommt dann bei 250 Grad in den Ofen. Nach einer guten halben Stunde wird die Flüssigkeit vom Gratin abgossen, mit Rahm und Senf verquirlt und dann die Flüssigkeit wieder über den Gratin gelehrt und noch einmal 10 Minuten in den Ofen zurück. Vor dem Servieren noch ein bisschen Peterli drüber streuen. Das genaue Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche und morgen den ganzen Tag im Teletext, Seite 270. Einen guten! So, das wäre es wieder einmal gewesen für heute. Anschliessend zeigen wir Ihnen noch die Sonderangebote. Ich wünsche Ihnen jetzt schon einen schönen Abend. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. In allen Coop-Deutius-Self-Läden gibt es jetzt den Bosch Elektrofugschwanz PFZ, 550 für nur 198 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Knorr-Aromat, der Packung an drei Beutel, statt 3,15 für nur 2,45 Franken. Flüssige Matchi-Würzen, statt 3,10 für nur 2,20 Franken. Alle Arnis-Schokoladen sind jetzt 30 Kg günstiger. Zwei Stück Halbsbratwürste, statt 2,80 für nur 2,30 Franken. Nivea-Creme, statt 2,90 für nur 2,50 Franken. Nivea Body Milk, statt 4,95 für nur 3,95 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, Vollwäschmittel-Dasch 3, statt 17,90 nur 14,90 Franken. Vollwäschmittel-Biancomat, Fosfat-Frei, statt 14,50 nur 11,50 Franken. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017